Alle Zutaten inklusive Mengenangaben sind in der Infobox aufgelistet & verlinkt. Alle Zutaten inklusive Mengenangaben sind in der Infobox aufgelistet & verlinkt. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video... ...heute zeige ich Euch wie Ihr zu Hause richtig leckere Rosinenbrötchen backen könnt... ...dafür als erstes ½ Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln... ...225 Milliliter lauwarme Milch dazugießen... ...außerdem 50 Gramm Zucker & 1 Päckchen Vanillezucker dazugeben... ...& alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren... ...bis sich Hefe & Zucker komplett aufgelöst haben... ...die Hefe-Milchmischung anschließend zusammen mit 500 Gramm Mehl, einem Ei, 50 Gramm weicher Butter... ...1 Teelöffel Salz & 150 Gramm Rosinen in eine Rührschüssel geben... ...& mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für etwa 4-5 Minuten zu einem klebrigen Teig verkneten... ...als nächstes die Arbeitsplatte leicht bemehlen... ...dann den Teig auf die bemehlte Fläche geben & jetzt von außen nach innen ziehend durchkneten... ...bis der gesamte Teig von einer leichten Mehlschicht bedeckt ist & nicht mehr so klebrig ist... ...dann eine Kugel aus dem Teig formen... ...den Teig zurück in die Rührschüssel legen & mit einem Küchentuch bedeckt für 30-45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen... ...das Teigvolumen sollte sich während der Ruhezeit nahezu verdoppelt haben... ...den Teig danach aus der Rührschüssel holen & jetzt nochmals kurz durchkneten... ...zusätzliches Mehl für die Arbeitsplatte solltet Ihr jetzt eigentlich nicht mehr brauchen... ...den Teig dann mit einem Messer zunächst halbieren... ...& jede Teighälfte danach in 5 ungefähr gleichgröße Stücke schneiden... ...aus diesen Teigstücken werden wir jetzt unsere Rosinenbrötchen formen... ...dafür die Teiglinge einfach mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen rundwirken... ...das Ganze für alle Teigstücke wiederholen bis Ihr insgesamt 10 Brötchen geformt habt... ...die Rosinenbrötchen anschließend mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen... ...nochmals mit einem Küchentuch bedecken & für weitere 30-45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen... ...wenn die Brötchen dann etwas aufgegangen sind 1 Ei in einer Tasse verquirlen & die Brötchen rundherum damit einpinseln... ...wenn das erledigt ist kommen die Rosinenbrötchen in den vorgeheizten Backofen... ...für ca. 15 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze bis die Brötchen eine schöne goldbraune Farbe haben... ...dann aus dem Ofen holen, auf dem Blech oder einem Gitter etwas auskühlen lassen & anschließend am Besten noch warm servieren... ...ich hoffe Euch hat das Video gefallen... ...ich wünsche Euch viel Spass beim Nachmachen & bis zum nächsten mal! Bis zum nächsten Mal!